Hallo und Herzen, willkommen zu einem neuen Part von Walking Dead und wir sind jetzt hier auf dem Bauernhof und checken mal ein bisschen so die Lage, was jetzt hier so abläuft und ob sich diese Farben so sicher ist, wie sie ja behaupten hier. Also dieser Martian Rat Sound ist ja unter Strom, deswegen wäre es sehr ungesund, den anzufassen, deswegen wäre ich das erst nicht. Schauen wir erstmal diese Arme. Kurz nochmal angucken. Ja, ich wollte jetzt noch mal liebste Fragen, wie sie kaputt gegangen ist, auch so. Hätte ich mal als erstes machen sollen. Ach ja. Checken wir mal hier rein. Hallo. Gibt es Futter, Futter? Hallo. Morty! Haha, Sweetie. Alles klar. Darauf sieht schon aus. Wie viel Zinn er gibt, genau. Wie viel Zinn hat er denn? Ja. Ja, Spitzabfette, genau. Ja, mal gut, mal fragen kann man ja, ne? Ah, ich verstehe. Was ist das denn, das ist für dich? Zu Abend, natürlich. Was ist das für dich? Ja, aber es wäre es wert, das? Entschuldige mich. Ja. Ja. Guck mal da rein. Guck mal da rein. Guck mal hier was schauen. Oh cool. Dann guck ich mir gerne mal an. Ah. Guck mal da. Ein Seil. Schönes Seilchen. La la la. So. Mal die Auszeichnung mal anstecken hier. Die beste Milch aller Zeiten. Milka. Ah ne. Falsche Werbung. Es war eine einzigartige Haus. Ist das richtig? Nachdem wir Kinder waren, war er. Er hat sich auf eine zweite Flau. Er sagte, dass sie so viele Babys haben können. Mama. Sie war fertig. Dan. Meine Leute auch nach zwei. Dann ein Tag. Die Welt verändert. Jetzt ist das Ort. Das ist alles für Daddy. Das ist warum wir so gut ausgehen. Und warum wir es mit guten Leuten wie dich. cool noch nicht so nett gibt es noch hier pflanzen schicken kräuter von riko gibt es auch die grünen kräuter für heilung für bisse eventuell grünen kräuter und die roten blauen kräuter kann ich mir heilkräuter erschaffen wenn ich gebissen werde kann ich mich nicht heilen naja das ist immer auch egal latten zauern schmitz jetzt muss ich jetzt schon wieder wegen dir zweideutig denken machli kommt so viel brauchen wir jetzt nicht nachdenken oder nehmen einfach diese säge die gut aus die erste der hosentasche gesteckt da fack da dachte ich immer frauen haben die besten verstecke an ihren klamotten aber das haus das ja da staunen ich jetzt aber jetzt mal mit diesen an die mal reden hallo an die ich muss jetzt gerade sehr können müssen wir nicht um Um... Ich wollte jetzt fast draufgehen auf Umzahlung, aber bevor ich hier endgültig verschwinde oder so, mag mich hier richtig gleich. Machen wir erstmal hier die Schaukel fertig hier. Ich weiß es nicht, irgendwie... Gut, jetzt hätten wir die Schaukel schon mal gecheckt. Jetzt rede ich kurz nochmal mit Mark und dann können wir uns wieder ums Thema Zäunchen hier umbauen. So, Markyboy, lass mal ein bisschen mit dir talken. Talk with me. Are you talking to me? Ja, ist da gut. Kann man sich hier noch weiter den Zorn hier abchecken oder so? Ah, hier. Steckdose. What the hell? Äh. Nur zu helfen. Okay, er hat schon was eigenartiges gemacht. Kurz nochmal mit Mark reden. Wenn jetzt nichts anderes geht, dann werde ich mal mit dem Thema Zorn gehen. Gut, ja, dann muss ich mich ja über den Thema Zorn jetzt kümmern hier. Geht ja nicht anders, ne? Oder? Ja, lass uns die Umzaunung abnehmen. Ich stehe bei dir gerade, ich hätte auch gerade was anderes machen können, ne? Mit dem Generator. Ah, Mann. Ich bin auch wieder... Ach, Mann. So, wie sieht der Ort aus? Ist es sicher genug, um uns zu bleiben? Wenn wir können? Es ist ziemlich unglaublich, was sie gemacht haben, mit der Zorn. Aber wir sehen uns, was es braucht, um diese Füße zu schützen, bevor wir keine Konklusion machen. Ja, aber ich weiß nicht, dass alle hier sind. Ja, alle außer Larry. Ja, außer Larry. Ja, aber ich weiß nicht, dass er ein Rassist war. Als ob Tensionen nicht genug waren. Sorry, Mann. Es war einfach... Es kam aus. Ich meine, du hast es richtig zu seinem Gesicht. Ach, aber ich... Der Mann ist ein Stück von Scheiße. Richtig. Du machst nichts mehr besser, Rylan ihn auf. Hier ist eine. Ja, okay. Ja, ich glaube ich auch. Er ist toter als tot. Offenlich, ne? So, ähm... So, ähm... Mal anschauen. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, lieber mit der Axt wegschieben, weil ich würde das Ding nicht mit der Hand anfassen. Fasse einmal mit der Hand an und dann den Finger am Mund und dann, ja, herzlich willkommen zum Me-Land. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ohne Benzin. Wir können diesen Ort wegnehmen, nein. Richtig, weil, wie gesagt, die beiden kommen nicht so gut rüber. Schon gerade mit dem, mit dem Stall da. Ich meine, vielleicht wollen sie ja nicht dazu wieder ihre kranke Kuh angucken und so, ne? Aber... Ja, toll. Ist der anhänglich. Ja. Äh... Es ist eine Sie, ne? So, zu Info. Ja. Dann müssen wir halt, ne? Ein bisschen Deko machen hier. Na, warte, wir haben ein bisschen Deko dran. Danke für die Rationen, Herr Lerner. Es ist nicht einfach, in front der Kinder zu essen, aber... ... das ist alles, was mich auf meinen Faden hält. Hm. Hm. Also, ich meine... Eventuell... Mr. Crispy. Okay. Wer weiß, hier steht der noch mal auf, ne? Okay, eins, zwei, hoch das Dingin! Komm schon, zeig die Muckis. What the ffff? Was zum Geier? Alter Falter, was geht denn hier ab? Oh, oh. Turok? Nein, glaub ich nicht. Was geht denn jetzt hier ab, hier? Wow. Weiß ich doch nicht. Komm, ein bisschen, vielleicht können wir hier... Was hast du für Probleme, Junge? Oh. Ja, geht doch nicht weiter. Was passiert, wenn ich zu weit nach oben gucke? Knall nicht mit dem Ding in den Kopf. Das will ich mal probieren. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt sterben. Wuhu. Oh, ich werde schon rot. Ich könnte, glaube ich, wenn ich doch so ein Ding auf den Kopf kriege. Hallo. Wir sind in der Halle? Wuhu. Ich sehe schon eine Falle mit Vorbereitungen. Komm, ne. Was ist denn jetzt hier mit dem Ding in den Kopf? Ist da irgendwas dran? Ah, hier, sehe ich schon. Jetzt muss ich nicht auf mich schießen. Boah. Boah. Wow. Marc, bleib mal ein bisschen näher am Traktor hier. Oh. Oh. Das lücken da an die nicht. Uh, 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 uh. Ha, ha, ha. Ja, toll. Ja, toll. Muss das jetzt sein? Muss das jetzt hier sein? Oh, hoffentlich wacht er jetzt nicht auf. Lee denkt daran, die Hände zu waschen, ne. Dann muss jetzt nicht die Finger in den Mund nehmen. Oh, ne. Oh, ne. Noch so einer hässlicher. Oh, ne. Noch so einer hässlicher. Ja, schön. Ich sehe dich auch. Ich höre dich sogar. Ja, geil. Ja, super. Finger weg. Wie sieht es hässlich aus? Nein. Ah, ah, ah. Ja. Ei, die. Igitz. Ja. Ja, super. Jetzt redet wieder 4 Uhr noch hinterher. Ah, 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 ah. Hilfe. Zombie verfolgt mich. Zombie verfolgt mich. Okay, danke. ich weiß noch nicht verdienen wollen mit vereinbarung was der herr was zum gejagert geht hier ab erst mal wo ich denn jetzt mal worte vom kopf ja guck mal wie enttäuschend der guckt umfasst müssen nein hat er dann kommt es kurz du bist okay ich habe mark yellen für euch alle gegründet sind man i am real sorry oh my lord what happened do you sweetheart was those bastards in the woods mama yeah i'll be all right once it's out Gott sei Dank, es tut mir leid. Hey ihr euch! Oh mein Gott, was ist passiert? Er wurde mit einem Schraub. Willst du dir okay sein? Ja, okay. Ich sollte einfach... Wir sind in einem friedlichen Welt... Sprich, friedliche Farben gekommen, siehst du sowas hier? Und denkst du, what the hell? Was ist das? Ach, boah, sei ruhig! Bandits, ich glaube. Ich denke, es waren sie, die uns attackierten. Sie haben uns viele Probleme im Anfang. Sie hat ein paar von unseren Farmhandeln. Wir konnten sie aufzuhören, indem wir einen Deal machen. Was Sie tun mit diesen Leuten? Food für Schutz. Nicht wie wir hatten viel choice. Aber sie haben uns verletzt. Verdammt! Carly hat gesagt, dass dieses Ort fest festgelegt wurde. Es war nur ein fluke. Wir können nicht aufzuhören, dass es keine schlechte Leute da sind. Was für ein fluke bedeutet? Es könnte passieren irgendwoher. Es könnte uns mit dem Motorhof passieren. Ja. Wir haben vielleicht eine Verbindung mit diesen Leuten. Aber wir werden nicht für diese Scheiße sein. Es gibt keine Chance, dass wir diese Sons von B**** zu lassen können. Sie wissen, wo diese Scheiße sind? Sie sind schwer, aber ich glaube, dass ich weiß, wo zumindest eine ihrer Kampen sind. Wenn du bereitst, um das Bandit Camp zu entfernen, gehst du uns. Bandits? Sie sind ernsthaft? Dieses Ort ist nicht sicher. Wir können hier nicht bleiben. Nicht sicher? Dieses Ort ist viel sicherer als diese Motorräder. Ich denke, dass alle von uns in unseren Schäden ein paar Punkten mit Bösen und Ere. Was wir brauchen, ist zu finden, um unsere gesamte Gruppe hier zu bleiben. Wir nehmen dieses Ort zurück, wenn wir müssen. Oh, mach deine Jets da, Rambo. Ja, das wollte ich jetzt gerade auch mal sagen. Bleib ruhig, Rambo. Okay, da muss ich jetzt mal zuschauen. Hast du wirklich mal was? Ich gehe raus und helfe Dan und mit diesen B****s. Ihr euch, um zu versuchen, Freunde mit Andy und Brenda zu machen, während ich bin. Na, das ist einfach. Ich habe Charme, die aus meiner Auge kommen. Ja, das ist wirklich Charme, Vater. Wo haben Ben und Carly? Seit Carly und Ben haben einiges von dem Essen auf dem Weg, um uns zu kommen, hat sie voluntiert, um hinterher zu bleiben und die Motorräder zu sehen, bis wir zurückkommen. Ja, also wird ja ganz schön interessant langsam hier. So, aber ich werde jetzt auch hier wieder leider den Part wieder schneiden und sage, wir sehen uns beim nächsten Part von The Walking Dead. Wir sehen uns!